Morning! Also wir sind in der Wohnung und wir... 10 vor 11... Ja, wir sind erst gestern jetzt aufgewacht. Und wir haben gefrühstückt, Kaffee getrunken, geratscht, geduscht beide. Also die Haare müssen jetzt nur trocken, aber dann wollten wir eigentlich noch in ein Museum und... Gut Abend! Turn up! Hi, hier machen Leute Sport. Das überfordert uns. Wir waren jetzt kurz eben bei der Post, haben ein paar Sachen abgegeben... ...und sind gerade in einem Park auf dem Weg zum Museum. Ja, das ist der Tiger. Ja, ich glaube auch. Ähm... Ja, ne, ich weiß auch. Ja, stimmt. Ja, das ist so spannend. Stimmt. Also, wir waren jetzt in der Ausstellung. Wir sind in einem Café und haben uns jetzt was zum Snacken geholt. Und ja, sehr entspannt. Wir haben jetzt ein cooler Tag. Ja, wo bist du? Wir melden uns später wieder. Hallo! Hallo! Wir haben einen Special Guest. Ach, bist du? Yeah! Wir sind gerade in der Shopping Mall mit dem Filz. Nö! Ähm... Wir sind in der Shopping Mall und suchen Spiele-Max. ...um ein Kartenspiel und Kniffel zu schauen. Ha! Nee! Schuhenbrote. Wer zuerst will, wenn du erst mal gewonnen hast. Ähm... Und wann? Ähm... Sieht schlecht aus. Ja, wir suchen weiter. Ja doch. Komm, wir fahren hoch. Bitte Aufzug benutzen. Bitte Aufzug benutzen? Fika. Ja. Gut. Das hat alles zu. Ähm... Guck... Ich isst halt nicht mehr was. Hä? Und wo ist das Spielplatz? Vielleicht dahinter? Hä? Wir sind in der Wohnung. Wir sind beide geschminkt und... ...ready angekommen heute. Krass. Ähm... Auf jeden Fall... Wir sind... Leon, Lottie, Silvia, Family... Punkt. Punkt. Hier wird da. Und wir haben grad... Tino gespielt. Trink-Gunis. Ne? Trink-Gunis. Trink-Gunis. Und jetzt erspielen wir gerade. Und kochst endlich schon wieder bei Tins. Und ähm... Ja. Sollte Edel. Das ist aber laut geil. Soll man tot... äh... Femmwur schmeckern. Du trinkst ihn bitte. Mhm. Und ähm... Es ist gerade mal viertel vor... ... vor sechs. Oh Gott. Die Kugel getroffen, das ist ja. Die Linda muss auch extra. Das war noch... Pfannen. Ähm... Und... Da kommen die anderen um halb acht. Die anderen. Ja. Neulig. Zehn, vier Stücke. Hab ich? Zehn hab ich. Und Lotti. Hab ich andere, Henry. Hast du's da auch schon? Ja. Ich muss mir ein Mädchen holen. Ich bin... Äh... Ähm... Was? Pudor. Ja. 22 Stammwerk. Zum Baustein. 22. Cool. 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 Das heißt, wir haben eine coole Patm Judah auch und... Ich bin so gespannt. Bist du gespannt? Ja. Wir sind beide so gespannt. Ne? Heute? Heute nicht. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Schau mal wie geil das jetzt drin ist. Ja, 20 Mal, ja. Verbraucht Party! Das ist so krank, es ist... Elf. Ja. Zehn vor elf. Und es ist absolut nicht so kalt gerade. Ich zitter so. Fasel. Hallo, also Happy New Year. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Und wir haben heute Morgen bis halb zwölf geschlafen. Zwar ziemlich nice, aber wir sind trotzdem müde. Surprised. Und gestern waren wir dann noch kurz was essen. Was hast du erzählt? Nein. Nein. Ähm. Ja. Es war ein geiler Trip. Geiler Trip. Klingt toll. Okay, bye.